Mein Name ist Jürgen Schneidhofer, arbeite bei Rohrdorfer. Die Baumaschinen werden eingesetzt für die Verladung, also LKW-Laden und für Trichter, Trichterbefüllungen und fürs Abbauffeld. Die Flotte besteht aus Caterpillar 982 XE, dann eine 972 XE und nochmal eine Caterpillar 972 XE. Das ist der neue Caterpillar 982 XE. Mir ist wichtig bei einer Maschine die Leistung, dann der Spritverbrauch und der Komfort. Also wenn man sitzt drinnen, das ist mir ganz wichtig, die drei Sachen. Bedingbar ist die Maschine einfach. Man hat zwei Touchscreens und kann alles einstellen eigentlich, also Getriebe, die Hubdämpfung, die Abkippgeschwindigkeit. Ich verwende die Technologie, also die Waage, die stimmt überein mit unserer, so funktioniert recht gut und genau. Auf die Leistung schauen wir, also die Leistung muss passen und die Hubkraft und ist ganz wichtig für mich. Die drei Stärken der Maschine sind die Hubkraft, die Motorleistung und der Spritverbrauch eigentlich. Der Verbrauch liegt momentan bei 21,5 Liter, also sehr gut. Dass man sehr auf der Wand, sehr harte Wand ist und sehr schwer tut, ist der Verbrauch sehr wenig. Die alte, laut Berechnung, war auf 33 Liter und die neue hier ist auf 21,5 Liter. Maximal mit Horstbauer Plus, vielleicht auf 22,5 Liter. Alles im Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Maschine. Also ich würde es weiter empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank.